So, weiter geht's hier mit Pokémon XC, der Dunkelschurm. Beim letzten Mal hat das Team Krypto das ONBS hier angegriffen. Und jetzt ist es schon so weit, dass sie einen Angriff auf die Oasenstadt Phoenix planen. Bald hat er uns jetzt den Auftrag gegeben, mal nachzusehen. Und ich habe jetzt schon Lust nach vorne getan, weil ich nämlich gelesen habe, dass es sich auf Level 24 entwickelt. Da fehlt ja nur noch ein Level. Es ist wirklich unfassbar. Sie haben diese dreiste Aktion am helllichten Tag durchgezogen. Ihre Vorgehensweise könnte darauf hinweisen, dass uns noch eine Reihe solcher Schandalen durch Team Krypto bevorsteht. Es waren wirklich sehr viele, aber wir hätten auch nicht so unvorbereitet sein dürfen. Ich habe Kommister Herkulett eben erzählt, was sich hier abgespielt hat. Da wohnt die Polizei in derselben Stadt. Und trotzdem kann das ONBS angegriffen werden. Äh, wirklich. Und dann auch noch, wie Herkulett sagte, am helllichten Tag. Aber die Polizei ist ja hier nur zu zweit, komischerweise. Na ja, wollen wir doch mal sehen, was da los ist in Phineas. Okay, das ist schon mal eine andere Musik. Ist das jetzt Zufall? Oder weil Team Krypto schon hier ist. Willkommen in Phineas und ein großes Ural. Herzlichen Glückwunsch. Du wirst es nicht glauben, aber du bist der 1.000.000 zu Besucher in Phineas. Als kleines Dankeschön erhältst du sie diese CD-Box. Sie enthält sogar ein paar Kampf-CDs. Ja, die CD-Box mit der Kampf-CD 1. 7. Und 20. Freust du dich? Geh am besten gleich zum Lager-Turm. Er ist nicht weit von der Stadt. Los, los, los. Der Lager-Turm ist eine erstklassige Kampfeinrichtung, wo Trainer mit Kampf-CDs, Kampf-Sims abhalten können. Na los, geh schon und viel Spaß. Ja, eine Kampf-CDs ist das, was wir am Anfang gesehen haben. Also so eine Simulation halt. Oh, hallo, wie war es? Den Lager-Turm meine ich. Wie bitte? Du warst noch gar nicht da, aber du weißt nicht, was du verpasst. Und er ist auch gleich um die Ecke. Geh zum Lager-Turm. Das macht wirklich Spaß. Na los, worauf wartest du? Was hat es nur aus sich mit diesen Kampf-CDs? Pokémon's rauchen auf, alles klar. Aber ist der Kampf vorbei, verschwinden sie einfach. Man darf sie nicht behalten. Och, Meno, ich habe all mein Erspartes dafür ausgegeben, weil ich dachte, ich bekomme seltener und vor allem echte Pokémon. Da habe ich sprichwörtlich Geld zum Fenster hinausgeworfen. Ich verschwinde von hier. Was sollen wir mit diesen Kampf-CDs jetzt machen? Was bringen sie, wenn man kein richtiges Pokémon bekommt? Am besten einfach wegschmeißen. Umweltverschmutzer. Aber die sind hier nicht. Schade. Es soll nichts ausplanern, aber ich war der millionste Besucher in Friede. Was? Und darum habe ich als Andenken eine Kampf-CD bekommen. Und findest du nicht, dass ich ein Glückspilz bin? Ich habe beschlossen, noch ein wenig hier zu bleiben. Wie gefällt es mir? Okay, aber mal ganz schnell zurück. Das war anscheinend Team-Crypto. Anscheinend wollen die die Leute aus der Stadt fernhalten. Frag dich nur, warum. Oh, schon wieder zurück. Du hättest für immer im Lager-Turm bleiben sollen. Ja, das war ein Team-Crypto-Mitglied. Also wenn das keins war, dann... Die Uniform zückt überall. Sie ist einfach zu klein. Was? Ah, das war alles, was da war. Ach, nichts. Hab nur laut gedacht. Okay, okay. Okay, okay. Team-Crypto mischt sich anscheinend unter das Volk. Beutelamm ist bereit für die Krypto-Erlösung. Na, wenigstens eine gute Nachricht des Tages. Ah, ja, genau. Ich hab keine Poké-Bälle mehr. Lustig. Ich bin ein Trainer auf Reisen. Aber was ist mit dem Pokémon-Center dieser Stadt los? Hier ist kein Mensch. Wie soll ich mein Pokémon wieder auf Vordermann bringen? Wir sitzen jetzt irgendwie fest. Äh. Wo? Erdrich. Nicht mal hier ist die Frau. Oh, oh. Naja. Äh, ja. Ganz ruhig. Ähm. Gehen wir einmal kurz hier Voltilamm und Ladybar erlösen. Das Viech ist, soweit ich weiß, immer noch im Krypto-Orbis drin. Und Poké-Wälle sind hier auch ganz wichtig. Ja, okay. Du hast es sehr oft erreicht. Ähm, ja. Diese Musik von Emiraté ist bestimmt mit Nazi Harmonica gespielt worden. Hört sich jedenfalls so an, aber ich hab irgendwie keine Ahnung von sowas. Egal. Ähm. Ladybar ins Team. Seemobs. Keine Angst. Ist nicht für lange. Und dann mal eben wollte ich da mit Ladybar erlösen. Da ist ein Pokémon, dessen Herz geöffnet werden kann. Fangen wir doch mal mit Voltilamm an. Ich denke mal, das bleibt auch in unserem Team, weil Elektro-Pokémon ist immer schön. Ampharos, also die letzte Entwicklungsstufe, ist stark. Und Paralysieren ist auch ganz nett. Für schwierige Krypto-Pokémon. Das kann doch gar nicht sein, die lernen hier Attacken, die sie eigentlich gar nicht auf dem Level haben dürfen. Ach, das ist doch... Eigentlich ganz nett, aber ein bisschen unfair. Naja, egal. Auch nicht richtig. Und was kannst du so? Psycho-Pokémon. Psycho-Pokémon. Unglaublich. Das kann auf dem Level schon eine stärkere Psycho-Attacke als viele Psycho-Pokémon. Naja. So, das fiegt Backen wir dann auch wieder zurück in den Krypto-Orbis. Hey, warte. Äh, ja. Da ist ein bisschen mehr. Dann... Zwellig. Zwellig ist doch schön. Schönes Geist-Pokémon. Packen wir das mal da rein. Dann mal wieder zurück in die Geisterstadt. Nochmal tief durchhalten. Und los geht's. Ich denke mal, ich spreche als erstes mit jedem hier. Hey, der Sportler hat ein Zwirlicht. Vorwassend vor MEO. Und eins und zwei. Was? Das Bürgermeisterhaus? Äh, tja. Wo war das nochmal? Tut mir leid, Kleiner. Heute ist geschlossen. Auch einen Laden muss man aber überhaupt haben, nicht? Ha, ha, ha. Zu. Wirklich, zu. Da oben war eine Kiste, die muss ich ja auch gleich holen. Besser gesagt, jetzt. Zweimal übertragen, Wahnsinn. Wirklich, zu. Wirklich, zu. Wirklich, zu. Wirklich, zu.